So, was müssen wir jetzt tun? Wir können entweder das Raumschiff aufrüsten gehen... Ja... Dann... Gehen wir zu Beginn dieser Folge mal... ...das Raumschiff aufrüsten. Untertitelung des ZDF, 2020 Aber hier ist der Name aufrüsten. Ja, hier ist ein Ding, ein Ding! Ein Ding! Ein Ding! Ein Ding! Ja, hier ist ein Ding! Schau! Haben wir ein neues Raumschiff? Floh, Güsse, Wild, Käfer, Fliege, Pummel... Wieso haben wir jetzt so viel Raumschiff? Ach, wir haben so mehr Pummel? Jaaa... Jaaa... Ich glaube, der hat schon so eine gute Grundbahn zu holen. Können wir ihn brauchen. Problemlos hier von diesem. Und hier den zweiten. Geh ich um. Okay. Nee, das ist... Ja, das ist... Schönes neues Kampfen. Wir sind pleite. Wir sind pleite und der Polizeichef will... ...50.000 Scribes von uns. Ja, da gibt es auch einen anderen Weg. Also ich glaube, wer will, kann das wirklich zusammensammeln und dem das geben. Aber... Die meisten... Folgen wahrscheinlich nicht im gelben Pfeil und versuchen die einfachen... Variante. Wir gehen mal zu Radars. Wir gehen mal zu Radars. Wir gehen mal zuır. �� Folgendem gelben Pfeil landen wir irgendwann bei einem Jörgermeister. Denn der Polizeichef, der gibt es ja dem Bürgermeister die Beweise bekommt der Bürgermeister ja gratis. Nein, ich weiß nicht gratis oder so, aber der Bürgermeister bekommt... Oh, ich hab das Licht verpasst. Ach, der Polizeichef ist hier. Sagen Sie mir, wo die Spuren sind. Der Bürgermeister hat mir gesagt, ich soll sie fragen. Ich bin doch nicht blöd. Scher dich zum Teufel. Ja, das ist immer schwer. Ich habe kein Geld. Nehmen Sie Kreditkarten? Das Plastikgeld der Menschen? Du bist wohl verrückt. Gebt mir das Geld! Gebt mir das Geld! Ja, dann bin ich halt verrückt. Halt! Halt! Gebt mir das Geld! Halt! 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 Ja, jetzt bin ich Bürgermeister. Wir haben ihn verloren. Geht zu euren Stellungen zurück! Das war mal leicht! Da bin ich... Das erste Mal bin ich verpasst. Was ist der Trazer hier? Oh! Ah, passt! Oh! Ich wusste, die Darkness hat ergebrechen! Ergibt es! Oh, passt! Ja, ich wusste es! Es ist nicht einfach! Und ich kann weder nach oben... Ich hätte dann... Wie heißt das? Das... Datenbankabschluss hätte ich verwenden sollen und hätte ich nicht... wieder alt... ... den ganzen Weg am Boden gehen müssen... Ich bin zu weit... Gut... So... Ich suche mir mal einen Bürgermeister... ... ... Ach, so geht das... ... 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 Sogar der Bürgermeister, der schon mal geschlepft hat. Ja, schläf mir zuerst mal den Polizisten. Ah, der ist schon mal geschlepft. Der Bürgermeister. Ne, der wird doch nicht angeschlepft. Wir haben ihn verloren. Kehrt zu euren Stellungen zurück. Na, komm schon. Sei so nett und sag mir, wo du die Spuren versteckt hast. Ich bin dein Freund, der Bürgermeister. Du kannst mir vertrauen. Es gibt vier Spuren. Die erste habe ich in einen Metallzylinder gesteckt und auf dem Schrottplatz gelassen, in der Moskitogegend. Es würde mich nicht wundern, wenn sie aufgefressen worden wäre. Du weißt ja, Moskitos fressen alles. Polizei, Polizei! Der Verbrecher starrt mich an! Hier ist der Verbrecher! Wir wissen, wo du bist und wir werden dich schnappen! Okay, aber... Dein Widerstand ist zwecklos! Hier ist der Verbrecher! Du solltest besser hierbleiben. Nein, 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 nein! Polizei, Polizei! Der Verbrecher starrt mich an! Wir haben ihn verloren! Kehrt zu euren Stellungen zurück! Na ja, ein Ersatzleben habe ich ja noch. Und... Die Infos habe ich auch. Ich bin aber lieber wieder der Titritus. Wir kehren jetzt einfach mal in die Moskitogegend. Halt! Halt! Gib mir das Geld! Ja, gut! Ja, gut! Ich... 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 ...teleporter... ...sondern... ...vermöglich die Organe! Ja! Wob... ...geg mir das Geld! Hm... ...neu... So habe ich schon wieder so vieles Grab mit den weis... Ich kapier das nicht. Normalerweise habe ich immer voll Probleme. Hat es im Foto von Jörgermeister, genau. Und da hatte ich aber wieder mal Glück. Was hat der eigentlich angestellt? Das muss ich dann mit dir nachschauen. Ja. Gehen wir mal zum Schrottplatz. In ein Moskitonest? Das klingt nicht bequem. Du musst alle Moskitos zerstören, die du siehst. Ich weiß nicht, in welchem Moskitonest sie stecken. Du musst also in allen Nestern nachsehen. Okay. Moskitos. Aus einer Welt ohne Pflanzen mäßig ähnliches Salz. Hier ist noch ein zweiter Eingang. Ich sagte ihm immer Krokodil, aber... ja... Zu der war... Zu der war... Skitonest... Skitonest... Ach... Machen wir doch... Wir müssen kämpfen, machen wir doch... Die Upgrade... Raubschiffen... Ja... Die Upgrade... 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 Da gibt es jetzt mal ein bisschen Action auf den Sprottplatz. Du musst alle Moskitos zerstören, die du siehst. Ich weiß nicht, in welchem Moskito-Nest sie stecken. Du musst also in allen Nester nachsehen. Das habe ich schon gehört. Ja, das sind Moskitos. Bis zum nächsten Mal.